Ja, liebe Freunde, wir haben mit der Annahme des Antrags WP 86.1 wieder einmal die Gelegenheit, ein Alleinstellungsmerkmal in unser Wahlkampfprogramm hinein zu formulieren. Diese Gelegenheit sollten wir nutzen. Es ist falsch, dass das japanische Modell auf Null-Einwanderung setzt. Japan hat ein exzellentes Gastarbeitersystem. Dort gibt es Zuwanderer auf Zeit. Das ist das Modell der Zukunft. Ich erinnere noch mal daran, wir sind eines der dicht besiedelten Länder der Welt, genau wie Japan. Wir haben eine demografische Krise, genau wie Japan. Wir sind kein Einwanderungsland. Wir sind eine gewachsene Nation, genau wie Japan. Und liebe Freunde, wenn wir nicht den japanischen Weg gehen als Deutschland und Europa, dann werden wir in Deutschland und Europa eine kulturelle Kernschmelze erleben. Deswegen gehen wir gemeinsam den japanischen Weg. Ich sage, mehr Japan wagen. Vielen Dank.